Ja, wir liegen hier noch immer in den ganzen Ballers Leichen, oder besser gesagt, wir sitzen in den Ballers Leichen rum und hauen mal lieber ab, bevor die Cops anrücken. Willkommen zurück zu GTA 5 inzwischen, ne, wir spielen jetzt hier weiter mit Trevor, würde ich sagen. Wir haben hier noch eine schöne Trefformission. In der Nähe, die machen wir, zack. Wir tun, was getan werden muss. Und noch vieles mehr. Miau, verschwindet. Was ist da schon wieder los? Ach, das ist schon wieder so ein Truck hier. Mit dem lege ich mich jetzt lieber nicht an. Habe ich keine Lust drauf, Ärger zu kriegen. Und Geld habe ich momentan auch nicht unbedingt nötig. Unser Michael, der hat ja schon sein erstes Business hier von uns gekriegt, seine Verschrottungsanlage. Keine Ahnung, wie viel Geld die abwerfen wird. Ich hoffe, die bringt ein bisschen was, damit wir uns auch weiter Läden kaufen können. Mit unseren anderen Kumpels hier müssen wir uns auch noch ein bisschen was kaufen. Damit wir irgendwann das große Geld hier verdienen und uns alles kaufen können, was toll ist. Weil man kann sich ja auch online so schön Autos kaufen, Flugzeuge kaufen. Es gibt hier Garagen, die man sich kaufen kann. Häuser und haste nicht gesehen. Ich will alles haben. Aber das kostet alles teuer Geld und ich habe noch nicht so viel Geld. Ich glaube, wir sind auch noch relativ am Anfang des Spiels, denke ich. Wir haben ja gerade erst alle drei Charaktere freigeschaltet. Also wir werden noch genug Gelegenheit bekommen, Geld zu verdienen und auszugeben. Da bin ich mir relativ sicher. So, muss ich nach oben? Ich denke mal schon, ne? Mal sehen, ob da wer auf uns wartet. Ein was? Trevor ist ein guter Mann. Er ist eine Familie. Das ist es, nicht wahr? Das ist es, genau. Ja, Trevor. Aber das ist, ich habe so viele Frauen. Ich finde es nicht einfach. Und Debra, wir haben uns getrennt, also... Das ist schön. Aber ich bin Angst, dass sie mich verlassen wird. Ich meine, das ist sie, und die Fornication? Das ist sie, Herr Raspberry Jam. Woa! Woa! Jetzt, Herr Raspberry Jam. Er hat eine Worte. Er hat eine Worte. Er hat eine große Glückwunsch. Er hat eine große Glückwunsch. Ich habe eine sehr große Penis. Deines Johannes wegstecken. Das ist aber schön, wo geht's denn hin? Ja, ja, so, kommt ihr mit? Aufsteigen, Jungs. Wir haben zu tun. In welche Richtung? In die Richtung. Los geht's. Verzeihung! Verzeihung! Leben lang bereut, dass er einen Bleistift geklaut hat. Was zur Hölle ist los mit dem? Ah! Wie Pornografie oder ein perfektes Turr. Ich kann es nicht ganz beschreiben, aber ich werde es wissen, wenn ich es sehe. Du hast nicht in meiner Verständnis. Okay. Lange sofort! Okay. Was ist das? 200? 200? 200? Würdest du jetzt bitte einfach einsteigen? Danke, Kollege. Was ist das? Oh, shit! Hi! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Also irgendwie arbeiten wir nur mit Idioten zusammen, glaube ich. So, wo stellen wir denn unsere Kiste ab, hier? So. So, wo gehen wir hin? Folge Floyd. Ach, wir gehen da auch rein, ja. Ach nee, wir folgen dem. Ah, lass mich nicht allein. Hm. Ah, lass mich nicht allein. Ich verlauf mich hier nur. Okay. Ah. Das ist schön. Hm. Mich aber auch. Jetzt will ich wissen, was drin ist. Hoffentlich was Schönes, das ich gebrauchen kann. Äh, das da. Okay. Ich komme. So, und jetzt? Welche Container? Die da. So, dann wollen wir doch mal. Okay, also wie das funktioniert, ist schon mal klar. So, die beiden Klauen hier wahrscheinlich. Die holen wir uns. Zack. Ups. Habe ihn. Ladeplatz eh gut. Also ich finde es lustig, was wohl passiert, wenn wir das auf irgendjemanden abstellen. Oh, nee. I'll operate you under the influence, if you're not careful. Äh, oh nee. Moment, das machen wir gleich nochmal hier. Bleibt einfach stehen, wo ihr seid. Warte, ist aber gar nicht so leicht. Wir nehmen uns jemand anderes vor. Noch ein Stück. Ja, sicher. Ja, sicher. Later funktioniert es auch. Der hat mit seinem Kopf den ganzen Lader angehoben. Alter, tonnenschwer und der hebt's hoch. Okay, jetzt machen wir's aber ordentlich hier. Ja, jetzt sind wir mal ganz lieb hier. Ach, halt die Klappe. So. Okay, dann wollen wir mal. Hab' ihn. Das ist ein cooles Fahrzeug. Gefällt mir. Naja. Ach man, sei doch nicht so ne Pussy, ey. Hab doch mal ein bisschen Spaß im Leben. So. Echt mal, Kräne sind toll. Von da oben aus hat man einen super Ausblick, da kann ich super Bilder vom Schiff machen. Man wird sich schon zeigen, ob wir mit dem Zeug irgendwas anfangen können. Vielleicht wird das ja der nächste Überfall, das könnte ich mir gut vorstellen. Naja, lass mich einfach in Frieden. So, und der letzte Container vorwärts. Miau. Und rüber. Guten Tag, Peter mein Name. Zack. Okay, it's up to the top of the crane for me. Gib dich zum Kran, können wir machen. Müssen wir unbedingt laufen. Äh, fahren meine ich, laufen geht doch bestimmt schneller. Kletter den Kran rauf, um zum Führerhaus zu kommen. Diesen hier oder den da. Ne, diesen hier, gut. Ich kümmere mich drum. Immer weiter, immer weiter. Und noch eine Leiter, wie einfallsreich. Und was kommt danach natürlich? Noch eine Leiter. Ja, ja. Ja, ja. Lass mich einfach in Frieden, ich hab zu tun. Okay, ich sitze hier. Was willst du? So, lade die Container auf den Lastwagen. Gut. Äh. Noch ein Stück. Ah, man kann auch so. Okay. Haps. Okay. Ja, ja. Ich kümmere mich drum. Boah, das macht richtig Laune, hier am Hafen zu arbeiten. Das ist cool irgendwie. Gefällt mir. So, und wo ist jetzt der LKW? Oh, okay. Dann noch ein Stück. Ah, was mach ich? Na gut. Alles klar. So, das kommt nach hier. Ja, ja. Lass mich in Frieden, ich hab zu tun. Ja, sehr schön. So, schön hochgezogen, das Zeug. Weiter, 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 weiter. Respektive ändern. Was kommt denn da noch? Ach, nur die. Schade. Dann find ich die aber am schönsten. Sehr schön. Mach mal Pause So lange habe ich ja jetzt auch nicht gearbeitet So, vorsichtig Okay, von hier aus ist es echt perfekt Bilder vom Schiff, können wir machen Das war ein hübsches Bild Ach, den Bug des Schiffes Achso, wegen dem Zeug oder was? Wegen dem Schiffsnamen Ach, wir sollen alles fotografieren Fotografiere eine Wache Fotografiere das Heck des Schiffs Hatte ich doch eben schon So, und Leertaste, alle verschicken Wo ist denn unser Ronny? Ron, ne, da Begib dich vom Kran hinunter zum Dock Was kommt da? SMS Fotos erhalten, Chef Ich grab was aus und melde mich wieder, sobald ich was gefunden habe Ron Was haben wir hier bei E-Mail? Grüße aus Sandy Shores Wir vermissen dich Wie ist es so in Los Santos? Wir vermissen dich Wir haben hier überall komische Leute rum Rumgeschnüffelt Niemand ist glücklich darüber Und es ist schwer für mich als kommissarischen Geschäftsführer Meinen Job zu machen Ich glaube, es wäre besser, wenn du zurückkommst und mir hilfst Und für immer hier bleibst So wie wir es besprochen haben Ich habe Angst, dass dich die Echsenmenschen in Los Santos erwischen Sie sind da Die Lost scheinen eine Menge Probleme zu haben Seit deinem letzten Besuch Die O'Neills sind auch wie vom Erdboden verschluckt Ich hoffe, sie wurden entführt Aber wahrscheinlich tauchen sie wieder auf So ein paar Chinesen haben hier herumgeschnüffelt Und sich im Ort nach dir umgehört Vermutlich sind das die Typen, mit denen der dir geplatzt ist Aber das könnte ich noch nicht bestätigen Naja, wie dem auch sei Ich vermisse dich Dein Geschäftsführer Kommissarisch Noch sowas Ich will hier weg Wow Schwupp Die nächste Leiter runter, bitte Ey Oh nein, das war falsch Lagerhaus, hier oben bin ich dabei Ein Wahnsinn, das ich noch liebe So Schön vorsichtig sein mit dem LKW Wir wollen ja nichts kaputt machen Echt mal Regeln, pah? Oh Meine Ladung tut, was sie will Lagerhaus, ich liebe Debra Wenn sie liebte dich Dann wäre sie hier, würde sie Aber sie ist nicht Ich weiß nicht, dass ich in Sicherheit Du hast eine Dead End Job Was? Dead End? Nein Nein! Floyd! Es ist tot. Being a unionized longshoreman, ist einer der besten Arbeit in der Lande. Du sagst die Leute um La Puerta, was du machst? Sie sind bereit, um dich zu retten. Es ist so jealous. Niemand ist jealous von dir, Floyd. Sie schütten dich. Du bist von dieser Frau. Du bist von diesen Schlaven-Drivers. Ich meine, ich habe noch nie so hart in meinem Leben gearbeitet. Das ist nicht so schlecht. Ich habe das jeden Tag für 10 Jahre gearbeitet. Nur normalerweise mit weniger Kriminalität. So, hier wäre ich. Ei, ei, ei. Die sind echt gut, hä? Wie die direkt abgehen. Ist das ein Arschloch? Sorry, I'm gonna have to go it alone. Verlass das Sperrgebiet, alles klar. So, begib dich zu Floyds Apartment. Dann nehmen wir doch einfach den. Ron ruft an. Diese Fotos. You've really stumbled onto something. The ship. Meriwether. Ja. Yeah, yeah, yeah. I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it, and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. The way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government. Keeping it off the books. Serious military technology. Oh, das klingt schön. Ich will wissen, was die haben. Ja, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't driving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Gute Arbeit, mein Freund. Gute Arbeit. Boah. Und ich bin schon richtig heiß drauf, ey. Ich will wissen, was in diesen Containern ist. Jetzt sofort und auf der Stelle. Da. Oh, nein. Oh, entschuldigt. Boah, ich hab das Gefühl, ich bräuchte ein schnelleres Auto. Mit dem Ding bin ich ja in 100 Jahren noch nicht da. Na, das wird schon. Vielleicht können wir uns ja das da krallen. Ich hupe dich an. Das bedeutet, du musst sofort stehen bleiben, ja? Er will nicht. Ach komm, du bist jetzt nicht ernsthaft ohnmächtig geworden deshalb, oder? Du bist ne Pussy, steig aus. Ich brauch ein Auto, das schneller ist. Auf zu hupen hier. Ist doch gar nichts gewesen. So, also damit kommen wir schon mal deutlich schneller voran. Das ist schön. Weil unsere Zeit für dieses Video ist ja eigentlich schon vorbei. Aber wir machen das natürlich noch fertig. So freundlich bin ich. Ausnahmsweise mal. Ah. Hoppala. Na, also hier ist ja was los. Oh shit. Oh shit. Ah, Verzeihung. Ich hab geguckt auf die Karte. Da ist ein Pisswassertruck. Ah, ein Auto. Ich zeig mal wieder meine beste Fahrerseite, ne? Das Beste vom Besten kriegt er hier von mir zu sehen. So wie ich fährt keiner. Boah, das Auto lässt sich aber auch kacke fahren. LKW. Materne. Oh shit. Weg. So, noch 1,3 Kilometer, dann sind wir endlich da. Du Schwein, lass mich in Frieden. Ich bin mal gespannt, ob es dem Floyd gut geht. Den haben sie ja ganz schön in die Mangel genommen. Aber ist mir egal. Hauptsache ich hab die Pläne. Das ist alles, was ich brauche. Ich will jetzt wissen, was in diesen Containern ist. Und dann will ich es mir holen. Und dann wäre ich sowas von reich und sein. Und Spaß haben. Und überhaupt. Das muss was tolles Militärisches sein. Bestimmt ein riesen Panzer oder so. Oh, das wäre so schön. Übrigens, ich bin wieder da. So, dann gehen wir mal rein. Mit unserem Köfferschen hier. Nach einem harten Arbeitstag. Hier fliegt ein Heli rum. Ah, da ist er. Ich bin wieder da. Irgendwelche Nerven. Leute. Da sitzt wer. Und es stinkt, hä? Ähm. Aber es ist einfach... ...kommin... 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 Oh, was ist... Da, da, Wade. Schau, schau, schau. Du bist einfach nicht für ehrliches Arbeit, okay? Oh, Mann, ist das widerlich. Du hast ja, was du brauchst? Ja, 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 ja. Ja, ich muss nur, äh... ...eine Platz, um das zu planen. Okay, das wird auch. Du bist auch nicht für dich, hä? Du hast ja auch. Ja, ja. Das ist ja, ja. Oh, schön an die Tapete schmieren. Ähm. Okay. Und was auch immer. Wir haben zwei von diesen Sachen, aber wir brauchen nur einen. Der erste ist auf dem Freitern, in einem Container, unter dem Deck. Sie haben die Gäste all über dem Land. Also, es ist wahrscheinlich, dass sie es auf der Erde halten. Der Luft, Land, und der Luft in den Porten wird, so schnell wie wir ein Geräusch machen werden, bei diesen Exs hier. Das bedeutet, wir müssen die Gäste auf dem Land, und das Ding, unter der Wasser. Wir brauchen einen Mann, einen Mann, einen Mann mit einem Riffle, und einen Mann, um das Ding, unter der Wasser, und das Ding, unter der Wasser. Das bedeutet, uns eine Submarine zu holen, natürlich. Aber du kannst uns einen von ihnen finden, nicht wahr? Huh? Huh? Der andere ist aus der Flügel, zu testen. Sie fahren die Operation aus dem Dock, wo ich letzte Mal gesehen habe, dein cousin. Wir brauchen eine Submarine für das auch, und wahrscheinlich eine Chopper, eine große. Wir gehen da, schauen uns nach dem Wasser, loben sie, bringen sie zurück hier, und herausfinden, was es ist. Hier? Chicago? Nein! Also, was du denkst? Container-Ship, oder whatever's offshore? Ähm. Aber Heli und U-Boot klingt schön, aber versenken auch. Wir nehmen das. Deep-Sea-Adventure, gotta be. So. Verstehen wir. Zack. Riech ihn! Trevor, Trevor, ich... Du... ... planst du eine Robberei auf meinem Ort der Arbeit? Ja? Herr Raspberry Jam, und Gott allein weiß, was sonst... Du verraten, Deborah! Schau, meine Frau und meine Union, das habe ich alles. Also, warum lassen wir... warum lassen wir das alles alles fliegen? Huh? Ist dir das gemütlich, mit dem, was mit deinem Cousin passiert? So, also ich glaube, damit sind wir jetzt doch endlich mal fertig. Bisschen Fernsehen geguckt hier. Alles soweit geplant. Also das wird lustig, darauf freue ich mich mit dem U-Boot und so. Ich hätte natürlich auch gerne den Frachter versenkt. Ich hätte beides gern gemacht, aber das mit dem U-Boot klingt am lustigsten. Deshalb werden wir das machen und da wissen wir ja, worauf wir uns hier demnächst freuen können. Tschüssi. Oder auch mich. Haha. Haha. Ah, Trevor, hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, yeah. Now, there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Oh, yeah. Oh, and how's your flying? You might need to take a few classes at flight school. Hat er schon, hat er schon. Why would I need to do that? Trust me. You'll regret it if you don't. Gonna be just like old times, pal. So, und damit haben wir jetzt alles andere soweit gemacht, um den Raubüberfall vorzubereiten, gehe als Michael in die Flugschule. Das haben wir doch schon alles gemacht. Naja, was soll's. Wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Tschüss.